hallo ihr lieben und willkommen zum wochenimpuls für die woche vom 8 bis zum 14 april in dieser woche wir haben wir schon im reading gehört neumond da startet es am montag aber nicht nur der neumond auch die neue meyerwelle aber da bekommt ihr ein separates video dann haben wir noch zwei portal tage am donnerstag und am sonntag und ich würde sagen wir gucken mal was sich da so ankündigt wir wissen ja schon ein bisschen etwas von dem neumond und ich habe schon vorab hier karten für uns gezogen noch nicht alle wir ziehen dann noch die crystal of serious basic cards hier noch in dem video dazu zu dem was schon gekommen ist was ich vorbereitet habe was sehr sehr auffällig war oder ist dass viele göttinnen karten gekommen sind also von den kartendecks her zeigt aber auch für uns hier ja es ist wandlungs ist es transformationsenergie und wir wissen ja schon und das möchte ich noch mal wiederholen dass mit der meyerwelle mit dem montag dann durchbruch neuanfang umgestaltung von vergangenheit und schicksalsgefährten und all das an unserer seite ist wir starten wir holen die mehrjungfrauen dazu was sie uns an informationen geben und die erste karte zeigt uns eben gleich vorling in love also wir fallen in liebe das ist eine energie ja frisch verliebt sein aber wenn wir das natürlich auch anschauen durchbruch neuerung seelengefährten all diese schlagworte zeigt uns das tatsächlich dass wir hingeführt werden wo wir eben sein sollen und dass das klopft so richtig richtig an ich hole schon die zweite karte dazu denn die ergänzt das sehr gut wir haben hier noch atlantis mit dabei atlantis energie die uns hier eben noch mal ja so ein bisschen dran erinnert dass wir also wo wir herkommen zum einen mal zum anderen mal auch eine gewisse leichtigkeit aber atlantis energie sagt auch es wird sich etwas schnell entwickeln es wird erfolgreich und da kommen wir eben hin also ihr seht schon eine energie die sagt es wird schlagartig etwas passieren für die singles wäre das natürlich hier wo man sagt man kann jemand kennenlernen bedeutet aber auch bei thematiken die ihr eben habt in der kommenden woche dass hier schlagartig eine wandlung ein erfolg ein umbruch anklopft und sich ankündigt bevor ich die karten gezogen habe habe ich schon die deko ausgewählt hier ist der schlüssel der passt natürlich wir haben den schlüssel dann in der hand und was ich auch interessant finde das fällt mir jetzt erst auf hier meine zwei schildkröten wir haben die eine hier die andere dort und der schlüssel liegt dazwischen also das ist fast so ein bisschen wie der startschuss dass so dieser erste teil schon da ist und dann wenn wir den schlüssel in der hand haben und richtig loslegen ja dann 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 ist das rennen gemacht dann geht es los also sehr sehr interessant ich habe schon gesagt wir haben göttinnen energie bei uns jetzt wissen wir vorliegen in law für wissen da wird etwas schnell passieren was sagen denn die göttinnen und die erste göttin die für uns kommt es passt die unabhängigkeit wir haben unabhängigkeit es ist stärke es ist erfolg die sie mit ankündigen sie sagt eben das ist so so eine power die hier hervorkommt und wenn bast kommt ja bast hat ja diese diese katzen energie bei sich das ist tatsächlich wo man so schleicht aber es geht hier auch um etwas was sie mitbringt wo man vorwärts kommt aber auch zeit die man alleine für sich braucht es geht darum dass man entscheidungen trifft also also eine energie und gerade dann eben mit bast ist oftmals dass es in der nacht geschieht nacht wo wir eigentlich schlafen sollen also wenn du merkst in der kommenden woche du bist unruhig du schläfst nicht so richtig und da gehen dir tausend sachen durch den kopf dann ja erinnert dich an bast die hier mit dabei ist und wir schauen mal weiter denn das ist eine schöne konstellation die hier kommt wir haben nämlich noch onak die sagt es geht um leichtigkeit es gibt keinen anlass zur eile oder dazu die dinge voranzutreiben alles geschieht zu seiner zeit jetzt erinnert euch hier an mein deko was ich gerade gesagt habe das passt unwahrscheinlich dazu denn nichts vorantreiben man könnte jetzt den schlüssel hier anheben aber es kommt wie es kommt göttliches timing das hier mit dabei ist und leichtigkeit sie sagt es schon onak wir sind an dem punkt dass wir vorwärts gehen alles kommt wie es jetzt haben wir da oben ja die info das schlagartig etwas passiert das ist wie kann man das beschreiben das ist im endeffekt wie wenn du einen spaziergang machst und du läufst ganz langsam und gemütlich und auf einmal kommt dieser innere impulse sagt rennen und dann ist der startpunkt da aber wirklich erst zu diesem punkt es geht nicht darum dass der kopf dir vielleicht vorher schon sagt hey du solltest jetzt auch mal ein bisschen mehr laufen und schneller laufen sondern wirklich achte die impulse die da kommen und das hier das ist eben dann wenn es an der zeit ist und onak wird dich da dahin führen denn sie sie ist an deiner seite sie wird dich vielleicht auch ein bisschen bremsen wenn du zu schnell gas geben möchtest um vorwärts zu kommen denn es soll in leichtigkeit geschehen zum richtigen zeitpunkt die dritte im bunde konventina sie sagt es geht um reinigung entgiftung des körpers und des geistes jetzt wisst ihr auch warum eben alles zu seiner zeit kommen soll und darf weil du erst mal in so einer art entgiftungsphase bist diese entgiftung und reinigungsphase körper und geist was tut deinem körper gut was eben nicht also du wirst das erkennen bedeutet natürlich um jetzt bei diesem beispiel zu bleiben mit dem laufen dass du merkst ja ich sollte mich bewegen aber eben nicht gleich den marathon laufen weil wenn der impuls kommt dann erst zu einem späteren zeitpunkt und diese reinigung hat noch viel viel mehr dabei denn es geht auch darum dass du natürlich schaust wer wer ist in deinem leben und wer vielleicht sollte da vielleicht gar nicht sein auch das ist ein punkt vielleicht warst du wochen und monatelang ein diplomat und ein gegenüber hat es nicht verstanden und dann wirst du und da kommt jetzt diese schlagartig schnelle energie dazu du wirst vielleicht noch mal diplomatisch versuchen demjenigen zu sagen wo vielleicht grenzen sind und dann aber dann wird es wie schießgewehr gehen weil dann zum zeitpunkt x wirst du merken okay diplomatenseite weggelegt und jetzt muss derjenige das sehr sehr deutlich hören auch das gehört dazu also ihr merkt schon das ist eine energie die stetig vorwärts geht das ist ja man kann es auch mit pulverfass vergleichen man ist lange ruhig man ist lange gediegen und dann ist schlagartig wie ja jetzt geht es eben los und dann ja passiert es eben das ganz ganz viel schnell und gleichzeitig und sofort passiert wir schieben die karten ein bisschen zusammen wenn du dich jetzt wunderst was ich hier mache genau so habe ich vorhin die karten gezogen und das möchte ich euch nicht vorenthalten denn da hat sich eine gewisse struktur gebildet das werden wir jetzt der reihe nach aufbauen wir gucken weiter wir haben hier maria jakope familien und kinderwunsch es geht um deinen wunsch und es geht um die erfüllung und das im familiären jetzt weiß ich ja dass wir hier eine ganze menge frauen sind die zuhören die ein entsprechendes alter haben wo vielleicht nicht mehr eigene kinder aber kindeskinder hier mit ins spiel kommen und hier diese karte sagt einfach was wünschst du dir in der familie das ist jetzt bei jedem von uns auch wieder etwas sehr sehr individuelles vielleicht wünschst du dir tatsächlich dass dein sohn deine tochter die verheiratet ist dass da endlich nachwuchs kommt vielleicht aber auch sagst du okay ich habe kinder die keinen partner keine partnerin haben da darf jetzt jemand noch dazu kommen du darfst dir das wünschen du darfst dir das in den schönsten tönen ausmalen ich muss ein bisschen schmunzeln denn ich hatte gerade erst mit meinen söhnen eine diskussion wo es darum ging was ich ihnen als mama denn für frauen an ihre seite wünschen würde und die beiden hatten dann doch einen schmunzler im gesicht und kam mich dann angeguckt wo ich sagte so naja man kann sich viel alles wünschen und das war dann doch schon etwas witzig aber da steckt ja auch ein tiefer tiefer kern dahinter gerade wenn wir mütter uns etwas wünschen für unsere kinder es ist ja immer dass wir uns sehr sehr positive dinge wünschen für die erfüllung und hier ja schau doch einfach mal was wünschst du dir in deiner familie welcher kinderwunsch ist da und dieser kinderwunsch der kann auch noch viel weitergehen vielleicht bist du in einem alter wo eben keine eigenen kinder kommen aber du merkst irgendwie da fehlt was vielleicht ist dieser kinderwunsch ein wunsch nach einer katze nach einem hund einem vogel oder was auch immer für ein tier und vielleicht merkst du da klopft etwas an das ist so eine energie die einfach hier sagt ja da möchte etwas in der familie erweitert und ergänzt werden und sollst nicht klein denken sondern groß denken und das eben hier ja in in deiner art und weise wir schauen weiter und haben noch maria salome die von frieden spricht an unserer seite die sagt erschaffe das paradies in dir und jetzt seht ihr schon wir haben zweimal maria energie die erste maria ist eben viel um wunsch gebete familien wunsch und dergleichen und die zweite maria sagt eben auch es geht um frieden um heilung es geht um unsere mitte die verbindung zu unserem höheren selbst also es ist ganz ganz viel innere balance die hier mit anklopft ihr sagt hey was ist es was dich ausgleichen was sich vollenden lässt was möchtest du in deinem leben haben und in der kommenden woche mit dem neumund mit den zwei portal tagen hast du eben gute chancen hier die energie in dein leben einzuladen also sehr sehr schön wir gucken weiter und die nächsten karten sagen uns es geht du bist im drama gefangen befreie dich bewege dich verändere dich und erblühe ganz neu spätestens jetzt sollten euch die ohren klingeln mit dem neumond reading denn da haben wir gehört dass wir tatsächlich das alte hinter uns lassen aber nicht nur das sondern die mayerwelle die gehört ja nicht nur zum neumond sondern zu der ganzen woche die sagt gestalte deine vergangenheit um es geht um durchbruch es geht um neuanfang und es geht um schicksals gefährden und genau das gibt diese karte uns hier mit denn sie sagt jawohl du hast es in der hand du bist jetzt dabei dieses dieses ganze drama dieses ganze alte loszulassen hinter dir zu lassen denn du bist hier in in einer bewegungs in einer veränderungs energie und ja manchmal da denkt man wow es gibt viel zu tun man scheut diesen ersten schritt aber der erste schritt ist ja genau das was den anfang beinhaltet und dann step by step vorwärts gehen alles in etappen und alles in deinem tempo und dass das darfst du hier umsetzen schauen wir weiter wir haben flammen der begierde lass sie in einem hellen licht erstrahlen und meide dunkle wege auch interessant denn wir haben ja jetzt hier eine menge an informationen wir hatten hier ganz zu beginn vorlingen läuft die karte jetzt kommen hier die flammen der begierde es geht darum dein licht erstrahlen zu lassen aber auch zu zeigen wenn du etwas haben möchtest wenn du etwas haben möchtest dann ist es die wahrheit die man sich erst mal selber eingesteht um dann tatsächlich auch wieder zu sehen wo sind denn meine eigenen muster wo ich mir vielleicht im weg stehe wo ich eben vielleicht noch in so einem alten drama fest hänge dieses alte wo ich jetzt wirklich sagen kann tschüss ganz einfach tschüss lass es hinter dir schiebe es weg und du brauchst es dann nicht mehr weil du eben in diese neue kraft in diese neue energie gehst und diese neue kraft diese neue energie ja du erfährst spirituelle entfaltung du gehst neue wege du öffnest dich für neue erfahrungen das ist richtig richtig schön es ist dabei etwas ganz tiefgründiges das sich entfalten möchte neue abschnitte dass wir ja jetzt immer und immer wieder und klarer und deutlicher und diese erkenntnisse denn wir wissen tief aus uns heraus was hier eben ja der weg für uns ist und um das zu erkennen stellen wir uns uns selber unseren emotionen unseren empfindungen all das das dürfen wir jetzt annehmen und das ist so der klassiker ich nenne mal ein paar beispiele man war im urlaub kommt zurück und fragt sich was mache ich hier eigentlich da ist man mit so verschiedenen welten konfrontiert man wird aufgerüttelt um dann zu sehen was da alles ist das ist ein beispiel oder situationen die einem begegnen das ist hier auch so der klassiker man trottet hier durch sein leben und auf einmal sind es diese kleinen begegnungen die man hat die einen aufhorchen lassen und das ist eben genau das hier wo wir offen sein sollen weil eben so viel hier möglich ist und ganz ganz tiefe 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 transformationskraft hier auch entsprechend ja wirken darf wenn wir weiter schauen und das wollte ich noch nicht vornehmen weil ich weiß ja was hier noch kommt wir haben inana die begegnung mit dem schatten das ist genau das was auch diese karten hier vorne schon angekündigt haben wir begegnen unseren eigenen schatten und diese schatten die sind manchmal eben so dass wir da sitzen und denken so oh mein gott aber diese reise quasi in in eine unterwelt in das dunkle ist eben so wichtig diese dinge anzunehmen anzuerkennen und dann auch zu sagen jawohl man nimmt an was man abgelehnt hat man man umarmt sich selber und diese dinge die werden bewusst und das ist eben genau das was die meyerwelle bewegt was der neumond bewegt wir gestalten unsere vergangenheit um wir verändern hier etwas und das das ist richtig richtig schön warum ist das so wichtig und da kommen wir an diese karte wir haben so les die sagt es geht um krankheit und gesundheit da schreckt man erst mal wenn man krankheit hört aber es geht um energie es geht um energie die uns manchmal eben krank macht dinge die uns nicht gut tun und was was müssen wir tun und da ist natürlich das klassische beispiel menschen die uns nicht gut tun wo wir klare grenzen ziehen sollen und hier diese erkenntnis ja wo man vielleicht lang lang den diplomaten gemacht hat und jetzt dann sagt hey schluss jetzt ist gut jetzt 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 kriegst du es ganz deutlich gesagt da ist die grenze und nicht weiter das ist natürlich das paradebeispiel so ganz glas klar und euer gegenüber wird wahrscheinlich echt sich hier so erschlagen fühlen im ersten moment so wow was ist denn mit der oder dem los es ist wichtig es ist ganz ganz wichtig hier klartext zu reden aber ihr merkt schon wir haben hier einiges an informationen auf der einen seite dass es gefühlt so vor sich hin plätschert und dann kommt dieses und dann passiert etwas spannende woche wir gucken ein bisschen weiter wir haben hier noch die crystal of series basic cards liegen die habe ich noch nicht gezogen die wollte ich jetzt mit euch zusammen ziehen und ihr seht schon ich habe zu beginn gesagt hier hat sich so ein muster aufgebaut und wenn ihr das mal anschaut für mich hat das ein bisschen eine blütenform so eine blüte die sich entfalten möchte und ja eine blüte die sich entfalten möchte das seid natürlich ihr das bin ich das sind die menschen die uns begegnen und ich würde sagen wir wir ziehen mal fünf karten und ja schauen einfach mal wir machen einen fünfer schritt und da kommt die erste karte langfristig also alles was wir jetzt tun hat langfristige auswirkungen wir schauen weiter karmische situation natürlich alte dinge all das wir haben aufgaben bekommen wir haben situationen bekommen wir haben ja entwicklungen die wir gehen und jetzt dürfen wir hier langfristig etwas in die richtige richtung schieben wir sehen hier auch es geht um problematiken wo wir sagen so okay das ist knackig das ist vielleicht nicht immer nett aber es geht darum dass wir es annehmen wir haben ja gehört schattenseiten da haben wir die reife frau es ist entwicklung es ist reifungsprozess es ist der weg dass wir entsprechend vorwärts gehen bedeutet natürlich auch dass uns hier eine reife frau einen ratschlag geben kann und geben wird dass wir uns eben hier vorwärts bewegen da haben wir sie die lebensreise wunderschön also ihr seht schon es ist es ist eine wichtige woche lehnt eure schatten nicht ab schaut sie genau an nehmt sie an und setzt euch mit auseinander warum dieser schatten da ist und das ist ja wie soll man das sagen das ist wie mit eigenen kindern man liebt sie und manchmal können sie einen den wahnsinn treiben nehmt euch das auch so als beispiel und trotzdem liebt man seine kinder und genauso ist es mit eurem schatten euer schatten kann euch in den wahnsinn treiben kann euch kirre machen nehmt ihn an liebt ihn und liebt euch selbst ihr lieben ich schicke euch ganz viel licht und liebe ich wünsche euch ein bezauberndes restwochenende ich wünsche euch eine mega tolle entwicklungswoche eine wichtige woche ein wichtiger meilenstein aber nicht nur die woche auch die maya welle und ja in diesem sinne ganz viel licht und liebe für euch okay und wie und wie es wie es es wie